Es wird heiß bei Sturm der Liebe. In der neuen Folge wird nicht nur geknutscht, es fallen auch die Hüllen. Josie hat schon seit einer Weile Gefühle für Paul, der ist allerdings mit Constanze zusammen. Was keine von ihnen ahnt, Paul hat sich auch in Josie verliebt. Beruflich geraten sie jedoch immer wieder aneinander und es kommt zu Meinungsverschiedenheiten. Deshalb will Josie ihren Gefühlen für Paul ein für alle Mal abschwören, sogar mit Hilfe eines Feuerrituals. Doch dann kommt ein naher Moment zwischen den beiden. Endlich küssen sich Paul und Josie. Zur gleichen Zeit wird Michael von seinen alten Gefühlen für Carolin heimgesucht. Dumm nur, dass seine ehemalige Flamme bei ihm und Rosalie einzieht. Michael will das Fiasko rückgängig machen. Rosalie denkt jedoch gar nicht daran, Carolin vor die Tür zu setzen. Dann kommt es, wie es kommen musste. Der Arzt trifft die Brünette hüllenlos und nur mit einem Handtuch bedeckt in der Wohnung an. Was dann passiert, erfahrt ihr bei Sturm der Liebe am Dienstag um 15.10 Uhr in der ARD. Der Arzt trifft die Brünette. Untertitelung des ZDF, 2020